Herzlich willkommen bei einem neuen Teil zu Je Tsongkapas mittlerem Stufenweg. Wir werden uns heute einmal mit dem Thema der Muße beschäftigen, also was bringt uns dazu in die rechte Muße zu kommen, also wie werden wir wirklich ein Teil des lebendigen Dharma. Und das ist, indem wir uns entscheiden, ein Teil des Dharma zu sein. Wir werden uns also selbst erwählen, Teil des Dharma zu sein. Und Je Tsongkapas schreibt in seinem Buch unter anderem ein Zitat aus der Zusammenfassung der Vollkommenheit der Weisheit in 8000 Versen über die acht Arten der Muße, beziehungsweise in dem Falle um die mangelnde Muße, weil das ist ein Riesenthema, dass wir manchmal Interesse daran haben, das Dharma wirklich zu praktizieren. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo es manchmal sehr schwierig wird, unseren Alltag mit dem Dharma in Verbindung zu bringen. Er schreibt hier, durch Einhalten ethischer Regeln gibt die zahlreichen Existenzenarten der Tiere und die acht Zustände mangelnder Muße auf und dadurch erlange stetige Muße. Also mache dir deinen Wunsch, dem Dharma wirklich zu dienen, es wirklich zu studieren und es wirklich umzusetzen. Mache dir daraus wirklich eine feste Angewohnheit. Wir sagen ja im Deutschen, es soll dir ins Blut übergehen. So intensiv soll das Ganze sein. Also jede deiner Zellen soll aktiv an dem Dharma mitwirken wollen. Und das ist am Anfang sehr, sehr schwierig, weil wir eben zum Beispiel durch äußere Einflüsse nicht immer die Möglichkeit haben, das Dharma so zu praktizieren, wie wir es gerne wollen. In früherer Zeit, wenn ich in einen Retreat gegangen wäre, in Tibet zum Beispiel, aber auch in China, wenn ich mich zurückgezogen hätte an einen stillen Ort und dort die Möglichkeit gehabt habe, vollkommen ohne Menschen das Dharma zu praktizieren, die Sutren zu lesen, Meditation zu machen, sehr, sehr lange Retreats durchzuziehen, um mich immer weiter und immer tiefer mit dem Dharma zu verbinden und daraus wieder ganz viel Kraft schöpfen kann. Wenn ich dann zum Beispiel aus dem Retreat wieder rausgehe und wieder mit Menschen zusammenkomme und diese haben Fragen, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis dafür. Wir in der heutigen Zeit schauen im Endeffekt, wie das auch viele Lamas und Gurus sagen, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir in einen Zwiespalt ständig kommen, dass wir sagen, ja wir müssen ja unseren weltlichen Verpflichtungen nachgehen als Haushälter. Also wir müssen unseren Haushalt in Ordnung halten, wir müssen arbeiten gehen in der Regel. Also bleibt für das Dharma und die Praktizierung, für das Studieren natürlich auch und für die Sangha relativ wenig Zeit. Und genau dort ist der Kasus Knacktus bei der ganzen Geschichte. Wir haben eine Prioritätenliste und diese Prioritätenliste sieht so aus, dass wir in der Regel sagen, dass die weltlichen Angelegenheiten, die Samsara-Angelegenheiten, die, die uns also wirklich fesseln, dass wir denen eine sehr große Priorität einräumen. Und dann kommen wir eben zum Dharma und dann stellen wir auf einmal fest, oh, heute habe ich gar nicht so viel Zeit und dann lasse ich vielleicht doch mal Gelübde weg oder ich lasse bestimmte Zeremonien weg oder die Opfergaben, die ich mache. Das schaffe ich heute alles nicht. Das mache ich dann morgen halt eben nochmal. Und das ist halt eben das Thema mit der Muße. Habe ich wirklich das Dharma verinnerlicht? Habe ich nicht einen solchen Gedanken, dass ich das auf später verschiebe? Denn eine Sache ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das ist, ich weiß nicht, wann ich sterbe. Wann ist mein letzter Atem zugekommen? Wenn ich mir damit Zeit lasse, kommt das dann in dem Moment, wo ich sterbe, dazu, dass ich in eine tiefe Schuld, in ein Schuldgefühl hineinfalle und dass mich dieses Schuldgefühl maßgeblich wieder in einen weiteren Lauf durch den Höllenbereich schickt, das mich in einem weiteren Verlauf wieder in einen neuen Körper bringt, wo ich wieder Geburt, Altern, Krankheit und Tod erfahren muss. Oder mache ich es so, dass das Dharma Teil meines aktiven Lebens wird, dass ich ständig das Dharma im Hinterkopf habe und dass ich natürlich meine weltlichen Pflichten genauso erledigen kann, allerdings mit der Maßgabe, dass ich das Dharma wie eine Art kleines Kontrollsystem immer im Hinterkopf habe und dann die Möglichkeit habe, zu schauen, ist diese Tätigkeit, die ich jetzt mache, wirklich unbedingt notwendig, also dient sie einem wirklich wichtigen Zweck, oder kann ich stattdessen auf diese Tätigkeit verzichten? Ein typisches Beispiel, Freizeitgestaltung ist ein Riesenthema und da kann ich mich auch immer wieder entscheiden, dient das meinem Gang in Richtung Nirwana, beziehungsweise meiner Realisierung, oder eben nicht? Und das bedeutet nicht, wir sollen freudlos sein, oder dass das Leben keine Freuden beinhalten darf, oder dass es keinen Spaß machen darf. Das alles ist vollkommen in Ordnung, Freude zu empfinden, Spaß zu haben am Leben. Nur der Hinterkopf muss immer klar sein, ich lebe für das Dharma, für die Erfüllung meines Auftrages, nämlich zu erkennen, was der wahre Hintergrund meiner Existenz ist. Und dann habe ich auch, egal was ich tue, die rechte Muße dabei. Und deshalb sagt eben Jay Tsongkapa, diese mangelnde Muße, die ist halt eben ein echtes Problem. Und erzählt hier auf, dass die mangelnde Muße unter anderem bedeutet, in einem Land zu leben, wo die vier Arten der Anhänger des Buddha nicht hinkommen zum Beispiel. Also ein sehr, sehr weit entlegener Ort zum Beispiel. Dann zum Beispiel unvollständige Gliedmaßen oder Sinneskräfte zu haben. Wenn ich also zum Beispiel das Dharma nicht hören kann, oder ich kann nicht sehen, wie jemand das Dharma praktiziert, dann kann ich es nicht lernen. Also ist das eine sehr schwierige Thematik. Und weiterhin zum Beispiel, dass ich die Zusammenhänge zwischen Handlungen, also Ursache und Wirkung nicht kenne. Oder dass ich eben nicht weiß, dass es die drei Juwelen gibt und so weiter und so fort. Es gibt also ganz viele Komplikationen auf diesem Weg und deshalb ist die rechte Muße tatsächlich ein Zustand, den wir antrainieren. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig wichtig, immer wieder in Erinnerung zu bringen, was es bedeutet, wenn ich sage, ich übe mich darin, jeden Tag zu praktizieren. Ich übe mich darin, nicht zu töten. Ich übe mich darin, nicht schlecht über Menschen zu sprechen. Ich übe mich darin und so weiter. Es ist also nicht das Thema, dass wir nicht innerhalb von einer Stunde perfekt sind. Es ist viel wichtiger, dass wir an uns arbeiten und dass wir in eine rund um die Uhr Achtsamkeit kommen. Das heißt, wenn wir etwas gesagt haben und jetzt fällt es uns erst auf, oh, das war nicht wirklich günstig, dass wir dann merken, was führte ursprünglich zu dieser Aussage und was ist der Gedanke hinter dem Ganzen gewesen. Und dann erkenne ich ein gewisses System und dann kann ich an diesem System arbeiten. Das heißt nicht, dass ich das ab dem nächsten Mal wirklich perfekt kann oder viel besser kann als gerade eben noch. Aber ich kann mich ständig überwachen. Ich kann immer wieder schauen, ist das wirklich zum Wohl für alle Wesen. Und wenn ich dann immer Step-by-Step besser werde, dann habe ich einen riesen Vorteil, nämlich zu den Menschen, die selten oder gar nicht praktizieren, die also dieselben Fortschritte, die ich vielleicht in einem Monat oder in zwei Monaten mache, selbst nur in einem Jahr oder in zwei Jahren machen können. Und je mehr Zeit wir uns lassen, um das Dharma zu praktizieren, desto schwieriger wird es tatsächlich für uns, in einer Lebenszeit das Nirvana zu realisieren. Und das wäre doch sehr, sehr schade, wenn wir diese Möglichkeit nicht wirklich aktiv in Anspruch nehmen. Die Voraussetzungen, wenn wir in der heutigen Zeit das Buddha Dharma studieren wollen, sind alle da. Wir haben das Internet, wir haben ganz viele buddhistische Zentren überall auf der Welt. Wir haben den Buddhismus, der leicht nachvollziehbar gemacht wird, der heute gar nicht mehr davon abhängig ist, dass ich wirklich jahrzehntelang studieren muss oder sogar Mönch oder Nonne werden muss, sondern ich kann ihn relativ schnell und einfach erlernen, indem ich einfach das Internet besuche und mir dort Vorträge raussuche, zum Beispiel auf YouTube oder natürlich auf anderen Kanälen genauso oder die Zentrenaufsuche, die, wie gesagt, überall mittlerweile weltweit sind. Im Kommentar zum freundschaftlichen Brief werden zwei Bereiche langlebiger Götter beschrieben. Unterscheidungslosigkeit und Formlosigkeit. Erstere befindet sich in einem Gebiet der vierten Ebene meditativer Stabilisierung, das in der Nähe des sogenannten Bereichs des großen Resultats liegt, isoliert von besiedelten Orten wie eine Einsiedelei. Formlosigkeit bezieht sich auf gewöhnliche Wesen, die im Bereich der Formlosigkeit geboren sind. In Ashwagoshas Besprechung der acht Zustände mangelnder Muße wird auch erklärt, dass langlebige Götter Götter des Begierdebereiches sind, die ständig durch Aktivitäten der Anhaftungen abgelenkt werden. Also wir haben ja gerade in dem Bereich der Götter, der recht häufig missverstanden wird, ein ganz großes Verständnisproblem. Die Götter leben viel länger als die Menschen, allerdings sind sie sich über die Problematik eines langen Lebens in Abhängigkeit zum Realisieren von Nirvana nicht so bewusst. Man könnte fast sagen, der Schuh drückt nicht genug. Und das ist halt eben bei uns Menschen eine tolle Geschichte. Wir haben alle Möglichkeiten, wir können in jede Richtung gehen, wir können fast alles ausprobieren, was wir wirklich wollen und können das Dharma wirklich von allen Seiten kennenlernen. Natürlich auch in der karmischen Seite, dass wir also Resultate für unsere Gedanken, Worte und Taten auch erleben. Manchmal schneller als uns lieb ist. Und insofern ist also die Idee, dass ich den Deva-Zustand anstrebe, in keinster Weise interessant oder attraktiv, denn ich verschwende einfach nur mehr Zeit. Und die meisten Devas sind gar nicht so stark interessiert daran, anderen Wesen zu helfen. Bei uns Menschen können wir wirklich in die Vollen gehen, wir können allen Wesen helfen. Und das jeden Tag und sogar jede Minute und jede Sekunde, wenn wir das Dharma verinnerlicht haben. Wenn wir die rechte Muße dazu haben. In einem ganz wichtigen Bereich des Mahayana Vajrayana heißt es unter anderem in Chandragomins Brief an einen Schüler, Grundlage des Pfades derjenigen, die ins Glück gehen. Werkzeug zum Anleiten der Lebewesen, Basis der großen geistigen Kraft, die vom Menschen erlangt wird. Dieser Pfad wird weder von Göttern und Nagas erreicht, noch von Halbgöttern, Garudas, Vidyadaras, Kinnaras und Schlangen. Also ganz viele andere Wesenheiten, die kategorisch nicht schlechter gestellt sind, als es Menschen sind. Oder die größere Schwierigkeiten hätten, das umzusetzen. Dennoch ist aber diese Grundlage bei ihnen nicht so positiv vorhanden. So schreibt Jai Tsongkapa hier in dem Buch. Wie bei uns Menschen. Also wir haben ganz ganz viele tolle Möglichkeiten, das Buddha Dharma zu studieren und es zu praktizieren. Und ein besonders wichtiger Teil ist, dass wenn wir es studiert haben oder es noch studieren, wir bitte nicht vergessen, dass wir in die Tat hinein kommen. Das heißt, ich muss es umsetzen, was ich gelesen habe. Denn alle Sutren auswendig zu können, wird in keinster Weise irgendeinen Vorteil bringen zum Zeitpunkt des Todes. Allerdings was einen großen Vorteil bietet, ist, dass wenn ich mich aufgeopfert habe, um anderen Menschen zu helfen, weil ich mein Wissen geteilt habe, freizügig, großzügig, liebevoll, von Herzen kommend, dann habe ich wirklich etwas erreicht in diesem Leben. Und selbst wenn ich dann noch einmal wieder geboren werden muss, wird dann ein sehr positiver Schein, nämlich bereits das positive Karma, da sein für mich und wird mir die Gestaltung meines nächsten Lebens sehr viel mehr vereinfachen und verbessern. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wünschenswert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.